Hallo Leute, hier ist wieder eure Bella und heute gibt es mal ein Video zum gestrigen Outfit. Und falls ihr fragt, warum ich so komisch gekleidet bin, ich dachte mal, ich kleide mich heute mal ein bisschen naturbelassener, ein bisschen in grün und braun. Und weil, ja, es geht ja so ein bisschen um die Natur, um Wildwoods. Und ja, falls ihr euch fragt, was das für ein Outfit ist, ist das übrigens das grüne Göttin Outfit, also komplettes von Pferd und Reiter vom Midsommerevent. Und ja, heute in dem Video soll es auch so ein bisschen um Wildwoods gehen, weil viele dachten ja auch, dass heute schon der nächste Teil von Wildwoods kommen wird. Das war aber so ein kleiner Kommunikationsfehler von Starstable. Da hat sich Starstable auch entschuldigt und hat gesagt, nein, diese Woche nicht, erst nächste Woche kommt das nächste Gebiet, beziehungsweise ein Teilgebiet oder das nächste Teilgebiet von Wildwoods. Ja, und warum stehe ich denn hier in Feargroove? Weil hier in Feargroove ebenfalls einer von zwei Wegen nach Wildwoods führen wird. Genau, hier bin ich ja beim Heimatstall von Feargroove. Und wenn ich jetzt hier weiter nach hinten zum Rathaus reite, dann sehen wir auch gleich schon einer von den beiden Wegen, der nach Wildwoods führen wird. Hier hat sich nämlich auch ein bisschen was verändert. Ich finde das echt cool. Also schon alleine der Weg hier hoch ist irgendwie cool. Ich weiß auch nicht. Und hier steht es auch schon. Genau nach unten geht es wieder Richtung Feargroove und hier nach oben geht es nach Wildwoods. In das Gebiet kommen wir natürlich noch nicht rein. Das ist für uns immer noch gesperrt und ich denke mal, das werden wir auch durch irgendeine Quest oder so erst freischalten. Vielleicht kommen wir auch nur von der anderen Seite irgendwie rein und müssen dann hier irgendwie alles freiräumen, damit das funktioniert. Und ja, hier kommen wir auf jeden Fall auch rein, wenn ich jetzt mal die Karte öffne. Moment, dann seht ihr ja hier, hier stehe ich gerade. Das ist ein Eingang von Wildwoods und dann natürlich hier hinten irgendwo über das Wasser können wir dann auch laufen. Und ich denke mal, hier wird dann wahrscheinlich der erste Weg nach Wildwoods für uns geöffnet werden. Genau. Und das war aber noch nicht alles. Ich nehme euch jetzt mal kurz mit auf meinen Desktop. Da hat Starstable nämlich auch etwas zu Wildwoods geschrieben. So, und da wären wir auch schon. Wir befinden uns auf der offiziellen Seite von Starstable. Und können wir bitte festhalten, wie wunderschön dieses neue Ladebild, dieses Bild ist einfach nur wunderschön. Ja, das Bild ist wunderschön auf jeden Fall. Darauf wollte ich gar nicht hinaus. Und zwar hier oben habt ihr einen kleinen Reiter. Da steht Wildwoods. Und wenn ich da jetzt mal draufklicke, haben wir hier unten ein paar Informationen zu Wildwoods. Hier steht nämlich, hinter dem besiedelten Gebiet Jorwigs liegt ein üppiger Wald, der als die Wildwoods bekannt ist. Ein ehemals unentdecktes Land, bis sich die Jorwig-Ranger mutig ins Ungewisse wagten, um mehr über seine uralte Geschichte zu erfahren. Dennoch umgeben viele Mysterien die Wildwoods, da der Großteil des Waldes noch nicht erkundet wurde. Jeden, der mutig genug ist, sich hineinzuwagen, erwarten Abenteuer und Magie. Willst du die Magie der Wildwoods auf deine Geräte bringen? Es stehen Hintergründe für Desktop und Mobilgeräte zum Download. Hier ist übrigens der Download-Knopf für dich bereit. Genau. Ja, also nächste Woche geht es auf jeden Fall los. Da geht es nach Wildwoods und wir sehen auch hier schon auf dem Bild, dass dann hier so eine wunderschöne Brücke aus Erde, aus Wurzeln, aus Bäumen, aus Gras und so weiter, dann hier über das Wasser führen wird. Genau. Werde zur Ultimativer Entdeckerin. Das gibt es übrigens auch noch, so ein neues Video. Das können wir uns eigentlich auch schon mal angucken, wenn ihr wollt. Hier unten gibt es übrigens auch noch mal Informationen. Also nächste Woche ist ja der 22. Februar, also nächste Woche Mittwoch. Und da steht, die verlorenen Schriften einer Entdeckerin enthüllen kryptische Hinweise. Ich denke mal, mit Schriften einer Entdeckerin ist diese Edith Hartwood gemeint, die wir ja schon in der Ein-Quest-Der-Ranger kennengelernt haben. Und ich denke mal, die hat irgendwelche Schriften hinterlassen, irgendwelche kryptischen Hinweise. Vielleicht führen die dann über diese magische Brücke und so weiter und so fort. Und ja, einen Tag danach, am Donnerstag, soll noch eine musikalische Motivation für deine Inspiration kommen. Ja, und was liegt hinter dem Nebel? Bald wird alles enthüllt. Vielleicht kommt einen Tag danach noch ein Extra oder vielleicht gibt es auch am 22. eine Quest. Und da müssen wir wieder einen Tag warten, also übernachten. Und dann kommt vielleicht dann am nächsten Tag, am 23. noch irgendwas. Ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht wirklich erklären. Auf jeden Fall, das ist auch nochmal der Beweis, dass es nächste Woche Mittwoch endlich mit Whitewoods losgeht. Das ist so cool. Ja, und das Video... Da war gerade ein Fehler. Ein Ladefehler. Ja, und das Video hier gucken wir uns jetzt mal an. Wie ist denn der Ton? Könnte ich das lauter machen? Leiser? Okay, das hier unten ist ein bisschen auf Englisch. Ja, auf jeden Fall zeigen die so ein bisschen hier in dem Video, ja, was brauchst du denn für Whitewoods? Du brauchst Motivation, du brauchst Essen und so weiter und so fort. Und da zeigen die so ein bisschen unser Charakter, wie der rennt, wie der da sitzt und in Anführungsstrichen ist. Wie er einfach nur da sitzt und die Augen aufreißt. Und das ziehen die so ein bisschen ins Lächerliche. Also die machen sich so ein bisschen über die Animationen, beziehungsweise fehlenden Animationen über unseren Charakter lustig. Das soll irgendwie so eine Andeutung darauf sein, dass unser Charakter auf jeden Fall eine, ja, Überholung braucht. Ein Upgrade. Das haben die ja auch schon letztes Jahr als Spoiler erwähnt irgendwo in einem langen englischen Text, dass sie auf jeden Fall natürlich bereits mit Hochdruck an einem Remake unserer Charaktere arbeiten. Und heute haben sie in dem Video nochmal verdeutlicht, dass unser Charakter auf jeden Fall ein Upgrade bald bekommen wird. Wann das genau sein wird, weiß keiner von uns. Aber ja, wie gesagt, unser Charakter kann nicht nach dem Essen greifen, kann nicht blinzeln, kann nicht richtig rennen. Ja, und das haben die so ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Und ja, das wird auf jeden Fall, denke ich mal, demnächst hoffentlich passieren. So, soviel dazu. Wir waren jetzt ganz schön lange hier auf der Seite und auf meinem Desktop. Ich würde sagen, wir sehen uns jetzt aber im Spiel wieder. So, ihr Lieben, das war aber noch nicht alles. Auch hier auf Südhof gibt es zwei Neuerungen, nämlich zwei kleine neue Rennen. Das schauen wir uns ja zuerst mal an. Ach so, und das Starsaple hat wegen Whitewoods noch ein bisschen was erneuert. Man brauchte ja sonst immer ein Mindestlevel, um nach Whitewoods zu kommen. Das war Level 16. Das haben die jetzt abgeschafft. Also es ist nicht mehr levelabhängig, um nach Whitewoods zu kommen. Jetzt ist es nur noch questabhängig. Und zwar müsst ihr die Quest mit den Walen in Dandal gemacht haben. Und anschließend mit Rania sprechen, nach den Walen. Wenn ihr das gemacht habt, dann seid ihr eigentlich soweit, dass ihr die Quest nach Whitewoods freigeschaltet habt. Und ja, dann könnt ihr auch nach Whitewoods. So, jetzt machen wir aber mal hier die Rennen. Wo ist denn das? Hier, hier bestimmt, oder? Moment, Interface wieder anmachen. Bin genau bei Skip. Und mit dem rede ich jetzt mal. Äh, hi, ich bin Skip. Vielleicht kennst du meinen Bruder Rolf. Du weißt schon, der Hundetyp. Ich bin gerade erst nach Südhof gezogen. Es ist toll hier, findest du nicht? Man möchte direkt sein Lieblingspferd satteln und losreiten. Aber auch wenn Cesar und ich es lieben, zu den Runensteinen auszureiten, brauchen wir auch einen Ort zum Trainieren. Springen, äh, Arbeitsreitweise, all sowas. Mir ist natürlich die wundervolle Koppel aufgefallen, bei deren Reparatur du der Rettungsbranche geholfen hast. Glaubst du, Hugh würde mir ein paar Hindernisse auf der Koppel aufstellen lassen, wenn er sie gerade nicht braucht? Ich habe nicht viel Geld, aber ich würde so viel bezahlen, wie ich kann. Ich wäre dir schrecklich dankbar, wenn du ihn fragen würdest. Na klar, dann fragen wir doch mal Hugh. Und der steht ja immer da hinten. Genau. Ja, so schon das grüne Ausrufezeichen. Sehr schön. Hi Hugh, kannst du uns helfen? Skip möchte auf der Koppel trainieren. Hm. Ja, skeptisch. Rettungsbranche ist dem Heiligen, den Heilen und dem Leben gewidmet. Nichts würde mich glücklicher machen, als wenn sie genutzt wird, wo es nur geht. Ich sage dir was, wenn Skip verspricht, die Koppel so zu hinterlassen, wie er sie vorgefunden hat, kann er auf ihr trainieren, solange sie nicht für Therapie und Rehabilitationsarbeit genutzt wird. Und was die Bezahlung angeht, das kommt nicht in Frage. Aber Skip kann im Gegenzug fürs Trainieren gerne gelegentlich auf der Ranch mithelfen. Okay, ja, das klingt doch gut. Also, er hat auf jeden Fall das Ja von Hugh bekommen. Das Okay von ihm. So wollte ich das sagen. So. Er hat Ja gesagt. Natürlich helfe ich gerne auf der Ranch aus. Ich bin mit Tieren aufgewachsen und wollte immer mehr über die Arbeit als Tierarzt wissen. Jetzt wird dieser Traum wahr. Dann will ich mal die Trainingsstrecke aufbauen. Soll ich helfen, oder? Ich war sechs, als ich Reiten gelernt habe. Ich bin mit Ponys aufgewachsen und die kleinen Kerle liegen mir bis heute am Herzen. Oh, süß. Ein starkes Pony wie Cäsar. Er ist ein Gotland-Pony. Kann der perfekte Partner für so ziemlich jedes Reitformat der Welt sein. Wir beide mögen das Springreiten am liebsten. Ich habe aus Materialien, das ich auf der Ranch gefunden habe, einen Springreitparcours auf der Koppel errichtet. Die Hindernisse sind eher niedrig. Perfekt für Ponys. Nicht zu schwierig, aber auch nicht zu leicht. Du kannst ernsthaft trainieren oder einfach nur zum Spaß reiten. Willst du es mal probieren? Nack. Ah. Mensch, Skip. Was ist denn das für eine Frage? Oh, oh. Oh. Oh, oh, oh. Oh, ja. Oh. Oh. Gut. Beim ersten Hindernis schon gefällt, ne? Das kann ja was werden. Ui, die stehen wirklich sehr dicht nah beieinander. Aber gut. Wie will man das denn auf so einer kleinen Koppel sonst noch machen, ne? Also. Aber die Hindernisse sind süß gemacht. Viel Liebe zum Detail steckt auf jeden Fall da drin, ne? Es tut mir übrigens leid, dass es bei mir hier in Stars Devil schon wieder etwas dunkler geworden ist und dass das Licht nicht mehr so schön ist. Aber ich hatte jetzt leider über den Tag, äh, keine Zeit, ein Video aufzunehmen. Deswegen musste ich das jetzt mal am Abend machen. Ich hoffe, das ist nicht ganz so schlimm für euch. So. Das haben du und Meteos Belt toll gemacht. Die Wendungen waren doch nicht zu eng, oder? Du kannst es gerne nochmal probieren. Ich fand, es ging eigentlich... Ja, komm. Das gleiche Rennen machen wir jetzt einfach nochmal. Ich fand das eigentlich recht cool. Vor allem können wir uns mal bitte... Moment. Zack. So. Können wir uns mal bitte die Stangen hier angucken? Wie schön die gemacht sind. So dieses Holz und generell auch die Farben. Und, boah, richtig schön. Das gefällt mir alles richtig gut. Hier noch mit den Heubeilen dazwischen. Hier mit dem Blümchen rechts und links an der Seite. Hier sind noch, äh, Säcke? Strohsäcke oder Mehlsäcke oder keine Ahnung was. Hier haben sie Fässer mit eingefügt. Ach, ich find das toll. Hier sind, ähm, die Stangen in den Farben von Jorvik angestrichen. Ja, ich find das cool. Hier steht sogar eine Steinmauer. Hatte der nicht gesagt, der muss die Hindernisse anschließend wieder wegräumen? Wird er echt die komplette Steinmauer immer wieder hin und zurück reiten? Okay, ja gut. Die ist bestimmt aus Pappmaché. Die ist bestimmt aus Pappe, natürlich. Aber klar doch. Okay, ich hätte vielleicht ein Pferd mitnehmen sollen, das XP braucht. Aber wie immer habe ich kein Pferd zum Ausleveln. Ja, ja. Oh, jetzt hab ich nicht gelesen, was er gesagt hat. Okay. Ja gut, okay. Oh. Oho. Oh, das ist sehr süß mit den Blumen hier mit den zwei Stangen. Oh mein Gott. Okay, hier reite ich mal nicht so schnell. Ich glaube, dieses Rennen werde ich mal so ein bisschen genießen und mir mal ein bisschen mehr angucken. Muss ich draufklicken? Oh, das öffnet sich von alleine. Wie cool ist das denn? Oh, ist cool. Ja, ich weiß, ich bin eine kleine Wundertüte. Achso, ich muss da durch. Huppala. Na gut, dass ich so langsam reite. Und schaffen wir das? Ja, das schaffen wir. Achso, jetzt geht es sogar außerhalb der Koppel weiter. Okay, das finde ich echt cool. So. Na gut, jetzt können wir mal ein bisschen schneller, glaube ich, reiten. Oh, ist das schön gemacht, Mensch. Oh, klasse. Oh, das sieht so cool aus. Okay, ich muss mal weiter geradeaus gucken. Nicht, dass ich hier irgendwie irgendwo... Ja, doch, da lang muss ich. Okay. Lass mich raten, das Tor öffnet sich auch von selbst. Oh, ist das cool. Ich liebe das. Hier wieder über die Brücke. Oh, schön. Also das... Glocke, Leute. Ja, es tut mir leid. Ich habe wirklich Freude daran. Also das macht wirklich Spaß. Das ist cool. Also das ist wirklich kein Rennen zum Durchbrechen, sondern wirklich zum Genießen. Was macht dieser Pfeil am Boden? Der ist ein bisschen buggy. Ja gut, was ist Martin Star's, der will nicht buggy, ne? Ist euch übrigens aufgefallen, dass die gelbe Leiste... beim Pferd verschwunden ist. Weil wenn man abgestiegen und wieder aufgestiegen ist, dann erschien doch hier diese grün-gelbe Leiste vom Pflegen. Ich glaube, Star's, der hat das mit dem gestrigen Update gefixt. Gute Arbeit. Übung macht den Meister. Also hoffe ich, du kommst öfter vorbei, um deine Zeit noch zu verbessern. Die Arbeitsreitweise ist eine fantastische Möglichkeit, eine engere Bindung zu deinem Pferd aufzubauen. Das stimmt. Und auch dieses Rennen werden wir natürlich nochmal machen. Einfach nur, weil es richtig viel Spaß macht. Ich finde es so cool. Oh mein Gott. I love it. Oh, und dass sich das Tor so von alleine öffnet, ist toll. Und die zwei Blumen da, die Blumenkübel an der Seite. Das finde ich auch ganz toll. So, und zack. Jawohl. Jetzt kennen wir die Strecke. Jetzt können wir auch mal ein bisschen schneller reiten. Das ist echt cool. Sehr schön. So. Ja, das ist wirklich was Schönes. Das ist auch mal was ganz anderes. Oh Gott. Ich dachte, das Tor geht nicht auf. Gut. Daran ist das. Er wird zum Glück schnell. Glöckchen. Gibt es jetzt schon wieder Mittagessen? Oh, ich denke immer, ich muss über die Brücke laufen. Muss ich aber nicht. Ich muss hier über den Heuballen. So. Okay. Ja, das Rennen ist echt cool. Also die beiden Rennen gefallen mir. Gut. Das andere, das war halt wirklich fast nur Spring. Oder... Ja gut, das war nur Spring. Aber das zweite hat mir ein bisschen mehr Spaß gemacht, muss ich sagen. Hatte Spaß gemacht. Meteos... Meteospell. Genau. Meteospell scheint die Strecke gefallen zu haben. Ja, das war wirklich cool. So, Leute. Okay. Das war es aber tatsächlich auch schon vom heutigen Update. Wie gesagt, es war klein, aber fein. Denn wir wissen ja, nächste Woche kommt ein etwas größeres Update. Und da lohnt sich doch das Warten, oder? Also ich finde es cool. Und ja. Ich hoffe, das kleine Update-Video hat euch wenigstens ein bisschen gefallen. Und irgendwie stehe ich gerade ein bisschen schief. Irgendwie stört mich das. Tut mir leid. Ja, da wollte mich jemand grüßen. Sorry, Mädchen. Wer ist denn das? Luna, sorry, Luna. Das ist nicht wegen dir. Ich wollte jetzt einfach nur gerade stehen. Ja. Okay. Das war es auf jeden Fall vom gestrigen Update. Das war mein Update-Video. Ich hoffe, es hat euch wenigstens ein kleines bisschen gefallen. Und ich hoffe, wir hören oder sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.